Kapitel 3, 2300 Stunden, 23. September 2517, Militärischer Kalender Epsilon-Iridiani-System, Militärischer Komplex Reach, Planet Reach Dr. Halsey stand auf einer Plattform in der Mitte des Amphitheaters. Konzentrische Ringe aus schiefergrauem Material bildeten das noch leere Auditorium. Scheinwerfer waren auf sie gerichtet und strahlten ihren weißen Laborkittel an. Aber ihr war noch immer kalt. Sie sollte sich hier sicher fühlen. Reach war einer der größten Industriestützpunkte des UNSC. Der Planet war von orbitalen Waffenbatterien, Raumdocks und einer Flotte schwerbewaffneter Schiffe umgeben. Am Boden gab es Übungsgelände für Marines und Navy-Spezialeinheiten sowie OCS-Schulen und zwischen ihrer unterirdischen Einrichtung und der Oberfläche lag eine 300 Meter dicke Stahlbetonschicht. Der Raum, in dem sie sich gerade befand, konnte einer Nuklearwaffe mit einer Sprengkraft von 80 Megatonnen herkömmlichem TNT-Stand halten. Warum fühlte sie sich dennoch so verletzlich? Dr. Halsey wusste, was sie zu tun hatte. Ihre Pflicht. Der Zweck heiligte die Mittel. Die gesamte Zivilisation würde gerettet werden. Was machte es da schon aus, dass eine Handvoll Menschen leiden musste? Trotzdem ekelte es sie an, wenn sie den Blick nach innen richtete und an ihre Rolle bei dem Projekt dachte. Sie wünschte, Lieutenant Kies wäre noch da. Er hatte sie vergangenen Monat als fähiger Assistent erwiesen. Doch er hatte angefangen, das Projekt zu verstehen, beziehungsweise die Umrisse der Wahrheit zu erkennen, worauf Dr. Halsey ihn an die Magellan überstellte und ihn als Anerkennung für seine Bemühungen zum Lieutenant befördern ließ. Sind Sie bereit, Doktor? fragte eine körperlose Frauenstimme. Fast, Deja. Dr. Halsey seufzte. Bitte, Chief Petty Officer Mendes herein. Ich möchte, dass du und er anwesend seid, wenn ich zu Ihnen spreche. Dejas Hologramm entstand direkt neben Dr. Halsey. Die KI war speziell für Dr. Halseys Spartaner-Projekt entwickelt worden. Sie sah wie eine griechische Göttin aus, barfuß in eine Toga gehüllt, während Lichtpunkte um ihr leuchtend weißes Haar tanzten. In der linken Hand hielt sie eine Tontafel, über die ein Binärcode lief. Dr. Halsey staunte immer wieder über die Form, die die KI gewählt hatte. Jede KI suchte sich das holographische Aussehen allein aus. So waren alle einzigartig. Eine Tür am Rand des Amphitheaters öffnete sich und Chief Petty Officer Mendes schritt die Stufen hinunter. Er trug eine schwarze Uniform und seine Brust war voller silberner und goldener Sterne und einem Regenbogen aus Ordensbändchen. Sein kurz geschnittenes Haar war an den Schläfen leicht angegraut. Er war nicht sonderlich groß oder muskulös. Für einen Mann, der so viele Schlachten erlebt hatte, wirkte er vollkommen gewöhnlich, abgesehen von seinem Gang. Er bewegte sich mit einer langsamen Eleganz, als wäre die Schwerkraft nur halb so hoch. Er blieb vor Dr. Halsey stehen und wartete weitere Befehle ab. Hier herauf, bitte, sagte sie und zeigte auf die Stufen zu ihrer Rechten. Mendes stieg die Stufen zur Plattform empor und blieb entspannt neben ihr stehen. Haben Sie meine psychologische Analyse gelesen? wandte sich Deja an Dr. Halsey. Ja, sie war sehr detailliert, sagte sie. Danke. Und? Ich werde deinen Ratschlag nicht annehmen, Deja. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Mendes bekundete seine Zustimmung mit einem leisen Grunzen. Eine der ausführlichsten Äußerungen, die Dr. Halsey bisher von ihm gehört hatte. Mendes war einer der besten Kämpfer und Ausbilder der Marines, aber als Gesprächspartner ließ er deutliche Defizite erkennen. Die Wahrheit bedrisseten, warnte Deja. Lügen ebenfalls, antwortete Dr. Halsey. Jede Geschichte, die wir uns zur Motivation dieser Kinder ausdenken, wenn wir behaupten, ihre Eltern seien von Piraten ermordet worden oder bei einer Seuche auf ihrem Planeten gestorben, würden sie gegen uns aufbringen, wenn sie eines Tages die Wahrheit erfüllen. Das ist eine legitime Sorge, gab Deja zu und warf einen Blick auf ihre Tafel. Dürfte ich eine selektive neurale Lähmung vorschlagen? Sie löst einen zielgerichteten Erinnerungsverlust aus, der... Ein Erinnerungsverlust, der auf andere Gehirnteile übergreifen könnte. Nein, sagte Dr. Halsey. Selbst mit intakten Gehirn ist das alles noch hochgefährlich für Sie. Sie aktivierte ihr Mikrofon. Bringen Sie sie jetzt bitte herein. Jawohl, antwortete eine Stimme aus den Decklautsprechern. Sie werden sich anpassen, sagte Dr. Halsey zu Deja. Oder Sie werden es nicht. Dann wären Sie nicht zu unterrichten und somit für das Projekt ungeeignet. In jedem Fall will ich es aber jetzt einfach hinter mich bringen. Vier Doppeltüren in der obersten Reihe des Amphitheaters öffneten sich. 75 Kinder marschierten herein. Ein Jedes wurde von einem Trainer, einem Navy-Ausbilder in Camouflage-Uniform, begleitet. Die Kinder hatten dunkle Ringe unter den Augen. Sie alle waren aufgenommen, rasch durch den Slipstream geschleust und erst kürzlich aus dem Kryo-Schlaf erweckt worden. Der Schock dieser Tortur musste ihnen schwer zu schaffen machen, erkannte Dr. Halsey. Sie fühlte einen Stich des Bedauerns. Als sie sich gesetzt hatten, räusperte sich Dr. Halsey und begann zu sprechen. In Übereinstimmung mit der Navy-Richtlinie 45812 werdet ihr hiermit zum UNSC-Sonderprojekt mit dem Codenamen SPARTANA-2 rekrutiert. Sie machte eine Pause. Die Worte steckten ihr in der Kehle fest. Wie sollten sie das verstehen? Sie verstand ja kaum die Rechtfertigung und die Moral hinter diesem Programm. Sie wirkten so verwirrt. Einige wollten aufstehen und gehen, aber ihre Trainer legten ihnen autoritär die Hand auf die Schulter und hielten sie nach unten gedrückt. Sechs Jahre alt. Das konnten sie nicht verarbeiten. Und doch musste sie es ihnen so einfach erklären, dass sie es verstanden. Dr. Halsey machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne. Ihr seid eingezogen worden, um zu dienen, erklärte sie. Man wird euch ausbilden. Und wir werden das Beste aus euch formen. Ihr werdet die Erde und ihre Kolonien schützen. Eine Handvoll Kinder saß plötzlich gerade, wirkte nicht mehr nur verängstigt, sondern auch interessiert. Dr. Halsey entdeckte John. Er trug die Nummer 117. Den ersten Jungen, den sie als geeigneten Kandidat bestätigt hatte. Er furchte verwirrt die Stirn, hörte jedoch konzentriert zu. Das wird jetzt schwer zu verstehen sein, aber ihr könnt nicht zu euren Eltern zurückkehren. Die Kinder wurden unruhig. Ihre Trainer hielten sie an den Schultern fest. Dieser Ort wird eure neue Heimat sein, sagte Dr. Halsey so sanft, wie ihr es nur möglich war. Eure Mitschüler sind jetzt eure Familie. Die Ausbildung wird schwer sein. Es liegen viele Härten auf eurem Weg, aber ich weiß, dass ihr es alle schaffen werdet. Patriotische Worte, aber sie klang hohl in ihren Ohren. Sie hatte ihnen die Wahrheit sagen wollen, aber wie hätte sie das tun können? Nicht alle würden es schaffen. Akzeptable Verluste hatte ihr der Repräsentant des Navy-Geheimdienst versichert. Nichts davon war akzeptabel. Ruhet euch jetzt aus, sagte Dr. Halsey zu ihnen. Wir beginnen morgen. Sie wandte sich an Mendes. Begleiten Sie die Kinder, die Kadetten zu ihrer Kaserne. Geben Sie ihnen zu essen und bringen Sie sie zu Bett. Ja, Ma'am, sagte Mendes. Heraustreten, rief er dann. Die Kinder standen auf Drängen ihrer Trainer auf. John, 117, erhob sich, hielt den Blick jedoch weiter auf Dr. Halsey gerichtet und wirkte völlig ruhig. Viele der anderen machten einen regelrecht geschockten Eindruck, bei einigen zitterten die Lippen, aber keines der Kinder weinte. Sie waren tatsächlich die geeigneten Kandidaten für dieses Projekt. Dr. Halsey hoffte, dass sie, wenn der Tag ihrer eigentlichen Bewährung kommen würde, wenigstens halb so viel Mut aufbrachten. Beschäftigen Sie die Kinder ausreichend, sobald sie morgen aufwachen, sagte sie Mendes und Deja. Sie sollen keine Zeit bekommen, um zu begreifen, was wir ihnen gerade angetan haben. was wir wissen, was wir bezelieran, sprach dich nicht aus der Vergangenheit. 對不起, der 我 das train muss, wird auch nicht aus demightsере. von der Ir或 Hё dispor,